So Leute, wir haben ein weiteres Booster aus der Khans of Tarkir Reihe, bzw. Fate Reforged ist der zweite Block. Der kam auch noch, ne der kam schon 2015 raus, war das Januar 2015 und hier war es so, dass man irgendwie dieselben Karten im Frühjahr bekommen hat, also Zeitreisen und all so Sachen gemacht hat. Mehr interessant. AllThingsMagicAllInOnePlaceMagicRadio.com Heute wird das Arena-Werbung. Uh, The Temu und der Khan, Jasova. Jasova, okay. Wow. Sehr, sehr cool, dass sie hier erklärt haben, wer wofür steht. Gucken wir uns mal das Booster an. Wir haben Zipzik Host, fünf Mana, zwei, sechs. Wenn der Entspielfeld kommt, legen wir die obersten drei Karten unseres Deck in den Friedhof. Okay. Will of the Naga, sechs Mana, elf. Wir enttappen zwei, ne, wir tappen zwei Kreaturen und die enttappen nicht, wenn es enthalten werden. Die war im Draft richtig strong. Reach of Shadows. Reach of Shadows, ja, wie das geiles aussieht. Fünf Mana, wir zerstören eine Kreatur, die ein oder mehr Farben hat. Ähm, ja, hier gibt's ja auch farblos, stimmt. Jaskai, Runemark, drei Mana Verzauberung, die Kreatur kriegt plus zwei, plus zwei und hat fliegen, solange eine rote oder weiße andere Permanente kontrolliert. Die ist nicht schlecht, plus zwei, plus zwei, ein Fliegen zu geben, ist nicht bad. Arashin, Cleric, zwei Mana, eins, drei. Wenn das Spielfeld kommt, kriegen wir drei Leben. Mäh. Warflame, vier Mana Instant, Kreaturen, die man kontrolliert kriegt, plus zwei, plus eins, bisschen Menace Zuckers und diese Kreaturen, wenn ihr ertappt, sehr cool. Sandblast, drei Mana Instant, fügt fünf Schaden, dann angreift eine oder blockende Kreatur zu. Sehr, sehr cool. Ambush, Crowtick, sechs Mana, fünf, fünf Trampel. Wenn das Spielfeld kommt, bringen wir eine andere Kreatur, die wir kontrolliert, so auf die Hand. Ähm, what? Ach, weil wir dann wieder was spielen, was wir angestellt. Ja, okay. Okay. Temo, Battle Rage, jawohl. Zwar mal in der Insta, eine Kreatur kriegt Doppelschlag, bis zum Ende des Zuges und wenn wir eine Kreatur mit Stärkefeder mehr haben, kriegt die auch noch Trampel. Sehr, sehr beliebte Karte. Sehr, sehr coole Karte. Mein Gott, da freue ich mich richtig drüber. Formless Nurturing, vier Mana Sorcery, wir kriegen ein Manifest, also wir manifestieren die oberste Karte unseres Decks und legen nur so eine Blindsmarke drauf. Wir nehmen die oberste Karte unseres Decks, legen sie als Manifest-Token eben hin und können sie aufdecken. Und, ähm, ja, wenn sie Mana kosten hat und eine Kreaturenkarte, glaube ich, so ist, ja. Shifting Loyalties, ach, weil hier die Dinge drauf sind. Sechs Mana, wir exchangeen die Control auf zwei Target-Permanents, die einen Karte-Typen haben, also zwei Artefakte, zwei Kreaturen, zwei Enchantments, zwei Linder oder zwei Planeswalker. Nicht schlecht. Und unsere zweite Ankammen. Breakthrough the Lines. Zwei Mana Enchantment. Uh. Für ein rotes Mana kriegt eine Kreatur mit Stärke zwei oder weniger Eile bis zu meines Zuges und kann nicht geblockt werden. Die wurde damals tatsächlich abused, hart abused, die war richtig strong. Ja. Good old days. One Ring Champions. Zwei Mana 3, eins, wenn der im Gegner Kampschaden zufügt und ihr eine rote oder blaue Permanente kontrolliert. Könnt ihr eine Karte abwerfen? Ach, wenn ihr es tut, zieht ihr eine Karte. Weißer Card Draw. Sorry, Running Geck. Und wir haben... Was bist du denn? Sandsteppe Mastrodon. Sieben Mana, fünf fünf Reach, wenn ihr das Spiel bekommt. Bolster fünf. Oder was? Ihr sucht eine Kreatur mit den niedrigsten Stärken aus und legt fünf Prozent eins zu eins Marken drauf. What? Okay. Ich hatte ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, Konkret ab dem Spiel. Tappen für ein Leben. Nee, Konkret ab dem Spiel kriegen ein Leben und tappen für ein blaues oder rotes. Ach, in dem Slot können nämlich auch fett scheinbar sein. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Habt ihr seht. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.